Dr. Nö, ich finde es super, dass Sie sich ein neues aus der Werkstatt Tattoo stechen lassen wollen. Ja, nur wohin? Ja, bei der Stelle, da kann man nicht vorsichtig genug sein. Das kann ja schon mal den ein oder anderen Job kosten. Wie wäre es mit hier hinten? Das klassische Arschgeweih. Was sagt unsere Tattoo-Fibel? Wilde Amazone sucht Partner für gemeinsamen Ritt in den Sonnenuntergang. Ach, nö. Wie wäre es mit hier vorne am Bauch? Bauch? Vorsicht! Tattoos am Bauch können zu 500% schneller peinlich werden als anderswo. Ach, nö. Wie wäre es mit... Hier. Stirn? Ich bekomme wohl nie einen Job auf Lohnsteuerkarte. Ja, deswegen arbeiten Sie ja für mich auch unentgeltlich, Dr. Nö. Haben Sie eigentlich schon ein Tattoo? Na klar, guck mal. Ah, was bedeutet das denn, Vince? Moment. Anschmiegsame Frau sucht starken Rocker. Ach, nö. Vum, 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 vum.